Scheinbar nicht. Mit dem Pfeiltasen kann ich auch nichts machen. Wenn ich festhalte, passiert auch nichts. Oh, das ist ein Stück Zweig. Ich weiß nicht, ob ich den Eindruck, dass ich das mit dem Zweig auch nicht machen kann. Nein. Was soll ich denn jetzt mit dem Zweig anstellen? Moment. Ah ja. Was soll ich denn mit dem Stift? Was, die Gussform? Das willst du mir nicht geben. Kann ich dir eine Rippe rausbrechen? Nein. Kann ich dich bemalen auch nicht. Was soll ich denn mit dem Zweig anstellen? Hm. Hm. Ach kommt. Und wo soll ich denn jetzt noch drei Kombinationen herkriegen? Ich sehe ja nirgends welche. Ein Teil der Tür fehlt. Warum kann ich das nicht drehen? Ich verstehe das überhaupt nicht. Was soll ich denn mit dem Raben? Ich sehe ja die Kohle, ich wollte den Stift. Ich verstehe das auch nicht. Jetzt bleibt sie mal in den Händen. Ich möchte da hin. Das ist schöner. Ich bin gerade total überfragt, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss da jetzt was machen, aber ich kriege es nicht hin, weil... Ich bin jetzt nicht in der Lage, das hier zu drehen. Ach, das ist nicht euer Ernst, oder? Da bin ich schon lebendig draufgekommen. Das tut mir leid, dass ich jetzt schon wieder die Hilfe so in Anspruch nehmen muss. Aber irgendwie bin ich heute... Heute bin ich ein bisschen bräsig drauf, keine Ahnung. Jetzt bin ich der Drache. Und ich kriege den Vogel. Kannst du hier mit dazu? Ach, da unten. Fehlt noch einer. Moment. Was? Ist das ein Rätsel? Ähm. Was? Was soll ich denn machen? Ach so. Sag mir das doch mal einer. Wie soll ich das jetzt? Dann bewegen sich die beiden. Was soll ich denn? Das ist die... Was soll ich denn? Dann. Das ist die... Also mit dem bewege ich die Beine, mit dem bewege ich die. Oh, dann muss ich das wieder zumachen. So. Oh Gott. Gar nicht so einfach. Aus den geschlossenen Händen erscheint mir dringend Licht. Ja. Eine klapprige Holzbrücke, die in der Ferne verschwindet. Seine Augen glühen, aber er hat keinen Mund. Konnte ich hier nicht gerade irgendwas nehmen? Glühwürmchen. Ich will da Glühwürmchen fangen. Tatsache. Alle oder jetzt nur das eine? Käfer. Moment. Aha. Aha. Stab. Stab. Okay. Das wird aber ganz leerer. Hm. Und das kann es halt wirklich nur machen, wenn er schon auf dem Dings drauf ist. Also, das ergibt irgendwie alles keinen Sinn. Weil da war ich ja jetzt schon. Ähm. Ja, ja. Wenn er drauf ist, kann ich nicht drehen. Okay, ich kann wieder zurückholen. Das ist doch schon mal gut. Ähm. Wie gibt das gerade gar keinen Sinn? Hm. Okay. Ich habe ja nur zwei Dinger zur Auswahl. Ich habe drei Dinger zur Auswahl, aber irgendwie. Nein, nein, nein. Dann muss ich mit dem Stift was malen. Nein, kann ich nicht. Komm wieder zurück. Du bist ein Käfer, du kannst fliegen. Okay. 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 Ach, Moment. Das kann ich hier scheinbar nicht auf dem direkten Weg machen. Dann müssen wir wohl ein paar Umwege gehen. Okay, der ist schon mal Quatsch. Das ist einer von den beiden. Wenn ich dann da stehe, könnte ich dann... Ich bin dann da drauf zurück, aber würde das was bringen. Okay, 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 okay. Okay. Ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Ich glaube, das war der Falsche. Okay. 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 Dann da bitte hin. Dann da bitte hin. Gott, das hat jetzt wieder lang gedauert. Boah, meine Fresse. Heute bin ich echt nicht so... Gibt da große Rätsel. Gibt da große Rätsel. Jetzt möchte ich gerne da hin. Wie komme ich da am besten hin? Welche Grenze da noch? Das macht keinen Sinn. Aber das Einzige, was da angrenzt, ist das da. Wie komme ich da hin? Über die... Okay. Okay, okay. Gehen wir wieder da hin. Gehen wir wieder da rauf. Gehen wir wieder da rauf. Gehen wir wieder da hin. Und dann da hin. Ausnahm. Gehen wir wieder. Gehen wir wieder. Begrüß. Ja, da hinten. Gehen wir wieder.